Ich habe mir eine neue Grafikkarte für meinen Streaming PC gekauft. Die packen wir jetzt aus und nach dem Intro geht's los. Hallo zusammen, mein Name ist FitzFuchs und ich habe ein bisschen Geld ausgegeben, um die 330 waren es mit Versandkosten, ich glaube so knapp 340 Euro für eine RTX 4060 aus dem Hause Asus. Ist die Dual Edition, ich wollte gar nichts Besonderes. Ich wollte eine günstige Karte haben, also günstig, Karte haben, mit der ich AV1 oder AV1, wie man es ausspricht, den Codec habe, um damit später auch mal streamen zu können für den Streaming PC. Und in der NVIDIA-Welt war das mit die günstigste Einstiegskarte. Also es gibt günstigere Modelle noch von anderen Herstellern, von anderen Distributoren außer Asus. Aber ich mag Asus-Karten sehr gerne und deswegen habe ich da zugeschlagen. Und bevor wir auspacken, wir gucken uns den Karte an, es gibt nicht viel Besonderes zu sehen, außer dass es die OC-Edition ist. Ich wüsste gar nicht, ob es noch eine andere gäbe, der Dual Edition vielleicht. 8 GB ist vielleicht ein bisschen knapp, aber für den Streaming PC reicht das locker. GPU-Tweak, ja, das ist das Tool mit dabei. Und wir gucken uns noch kurz die Rückseite an. Davon, hier sieht man auch nichts Besonderes vielmehr, also mal die Karte, die Einstellungssachen. Sie hat den alten Stromanschluss, das war mir wichtig, ja. Das heißt, nicht den neuen, der ja immer noch ein bisschen verpönt ist, auch immer nochmal Anschlussprobleme macht, bis hin zu Kabelbrand. Das ist der alte Anschluss, der reicht aber auch für das, was ich mit der Karte vorhabe. Sie hat, wie man es hier schon auf dem Bild sieht, einmal HDMI, das brauche ich, um damit zum Monitor mitgehen zu können, weil der hat einmal HDMI und einmal DisplayPort, und DisplayPort ist auch schon belegt. Und noch dreimal DisplayPort hat die Karte auch, wie gesagt, ist eigentlich mit Granaten auf Spatzen geschossen, was ich hier mache. Aber trotzdem wollte ich halt eine Einstiegskarte haben in diesem AV1-AV1-Codec. Und da ist auch noch ganz nettes DLSS 3.0, ja, also wenn man da mal was hochrendern will. Und auch wenn mehr dargestellt werden muss, wäre die Power dafür da. Aber wie gesagt, mir hätte auch eine 4050 gereicht. Aber aktuell, wo ich das hier aufnehme, es gibt keine 4050, zumindest nicht im Desktop-Bereich. Und aktuell wird noch mal eine 3050 neu aufgelegt von NVIDIA. Und es wird gemunkelt, dass dann vielleicht später im Laufe des Jahres 2024 noch mal eine andere Karte käme, eine 4050 vielleicht. Ja, das wollte ich auch nicht länger warten. Ich gebe es euch ehrlich zu. Und wir gucken rein, was in dem Karton drin ist. Das ist eigentlich ein ganz kurzes Video und wahrscheinlich spreche ich die 10 Minuten, obwohl es das überhaupt nicht... Also der Kühler soll auch sehr leise sein, ne? Article, Tech-Fan, oder wie man es ausspricht, ne? Die alte Karte, die ich drin hatte, eine 60... Nein, eine 1660. Habe ich drin, und die ist eine 2,7-Slot-Karte, das ist eine 2,5-Slot-Karte. Das ist nur für alle, die gerne wissen möchten, wie groß doch die Karte zum Einbau ist. Also die zwei Slots sprengen wir schon länger bei Grafikkarten. Das ist ja, ob man das gut findet, lassen wir mal dahingestellt. Aber, ja. Wir gucken erst mal, was für Zubehör dabei ist. Da beult sich schon was aus. Das könnte ein Adapterkabel sein. Nö. Hat nicht mal mehr irgendein Kabel dabei? Also ein Quickstart... Was ist denn das? Oh, wow. Okay, ich wollte erst gucken, dass da irgendein Code drauf ist. Ähm. Eine ganz normale Karte. So eine, so eine... Kann ich mit angeben. Ich weiß nicht, ist das dann später, wenn man verschiedene Sachen sich gekauft hat, kann man dann so... Ah, wie heißt das? Mit den LKWs. Meine hat Overclocking, so viele Striche. Wie viele hat deine? Wisst ihr so, ich komme jetzt gar nicht auf den Namen. Ähm. Und dann hier noch weitere, so... Thank you for purchasing an Houses-Card. Aufsteller, raus, Pappding, das lasse ich da drin. Das brauche ich alles nicht. Gut, es geht nur um die Karte. Ja, dann ist dieses Unboxing noch sinnloser als eh schon. Außer, dass ihr jetzt eigentlich schon abschalten könnt. Bleibt bitte noch bis zum Ende dabei. Für die Watchtime hier von dem Video. Aber, äh, ihr wisst ja eigentlich schon alles. Außer, dass wir uns jetzt noch einen genauen angucken, die Karte. Äh. Aber Adapterkabel sind keine mit dabei. Das ist das, was ich immer gerne wissen möchte. Sind Kabel dabei? Und wenn ja, wie lange? Wäre eins dabei gewesen, ich hätte das solch ausgemessen. Ja. Okay, wir gucken nochmal auf die Karte an sich. Ähm. Hier sind wieder so Schutzfolien drauf. Die sollte man natürlich abmachen. Nicht, dass da irgendwas schmilzt, wenn es warm wird. Hier ist nochmal ein Schutz mit dabei. Dass die Kontakte nicht, ähm, ähm, ja, verkratzen können. Schlechter werden. Sogar hier ist nochmal eine Schutzfolie drauf. Hier, ne, auf dieser Slot. Wenn wir zum Einschrauben, die Kontakte sind geschützt. Und, äh, ja, das war's. Hier haben wir noch eine Seriennummer. Die decke ich mal ab. Bringt euch so oder so nichts. Und hier nochmal der Stromanschluss, ne. Äh, ich werde sie jetzt gleich testen. Ich baue die ein bei mir. Ähm. Ich hoffe, sie ist kompatibel, weil mein Mainboard, das ich habe, hat nur PCI-Express 3.0. Das ist eine 4.0-Karte. Und aufgrund, dass die hier nur, ähm, acht Lanes hat, PCI-Express keine 16, könnte es da eventuell entweder zu einer kompletten Inkompatibilität kommen, was ich nicht hoffe, was ich nicht vermute, oder sie können Abstürze verursachen und sie läuft dann einfach nicht gescheit. Dann müsste ich einen sauren Apfel beißen und sie zurückschicken mit Inkompatibilität. Ich behandle sie auf jeden Fall sauber und sorgfältig. Äh, aber ich bin zuversichtlich, weil es ein Asus-Mainboard, eine Asus-Grafikkarte. Wird schon irgendwie schief gehen. So, haben wir mal ein kurzes Video unter 10 Minuten. Das war's für dieses kurze Unboxing hier. Ich hoffe, es hat der eine oder andere vielleicht was gebracht oder geholfen. Ähm, damit werde ich natürlich weiter auf Twitch streamen. Wer da Bock hat, schaut da gerne rein. twitch.tv slash Fitzfuchs. Immer wieder ein bunter Mix an Spielen auf das, was ich gerade Bock habe. Und ja, hier jetzt an dieser Stelle ist jetzt Schluss. Deswegen für alle, die sich dieses Video hier angeguckt haben, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Fitzfuchs und wir sehen uns im nächsten Livestream oder Video.